EA Sports, wir müssen reden. Denn der nächste Skandal um Nathan Tellers Road to the Final und Evo-Karte steht vor der Tür. Aber zäumen wir das Pferd doch mal von hinten auf. Vor ein paar Tagen gab es eine SBC, aus der gefühlt jeder Team of the Year Messi gezogen hat. Nach 24 Minuten kam EA dann und hat sich gedacht, löschen wir die SBC mal ganz schnell. Und was dann passierte, war wohl die größte Aufregung seitens der Community in der gesamten FIFA-Geschichte. Und jetzt hat EA entschieden, was passiert. Genau, nada, gente, gar nichts. Ich will mit euch heute ein bisschen diskutieren, war es eine gute Entscheidung, war es eine schlechte Entscheidung und was muss passieren, damit EA das Spiel nicht weiter in den Sand setzt. Von euch erwarte ich an der Stelle, dass ihr in den Kommentaren sachlich bleibt. Ich weiß, der ein oder andere ist abgefuckt, enttäuscht, sauer, was auch immer. Aber der Hass bringt uns dann am Ende auch nicht weiter. Also Freunde, gehen wir aber nochmal einen kleinen Schritt zurück. Denn ich weiß, der ein oder andere hat überhaupt gar nicht mitbekommen, wovon ich hier gerade rede. Und das will ich nochmal ganz kurz und knapp erklären. Also am Dienstag hat EA eine SBC released, wo du ein von drei Spielern ziehen konntest, mit einem Rating von mindestens 86 aus den Ligen, die Team of the Year Spieler beinhalten. Also zum Beispiel Premier League, Bundesliga oder auch französische Liga. Was nicht dabei war, war dann zum Beispiel die portugiesische Liga. Dann ist Folgendes passiert. Dieser Pick war komplett verbuggt. Heißt, jeder zweite, jeder dritte Spieler hat Team of the Year Messi gezogen. Was natürlich extrem crazy war. Und das Ganze hat dann auch schnell die Runde gemacht. Von den Streamern über Twitter, also über X. Und ja, das hat dann zur Folge, dass sehr viele diesen Pick abgeschlossen haben. Natürlich auch viele Messi bekommen haben. Einige haben Messi nicht bekommen. Und das war natürlich nicht im Interesse von EA, die dann nach 24 Minuten gesagt haben, wir nehmen die SBC komplett raus. Also nach 24 Minuten war Schluss. Keiner konnte mehr Messi Team of the Year ziehen. Zumindest nicht in diesen Pick. Die SBC war aus dem Spiel rausgenommen worden von EA. Was natürlich auch gut war, weil sonst würdest du in jedem Spiel gegen Messi spielen. Und die Power Curve war komplett am Arsch. Der Pick wurde also rausgenommen. Die Leute wollten eine Stellungnahme von EA. Die folgte auch prompt. Der Pick wurde rausgenommen. Aber mehr kam auch drei Tage lang nicht. Also die Community war sehr zwiegespalten. Denn der eine Teil sagte, ey, ich habe jetzt mal ein Messi gezogen. Ich will den behalten. Und die anderen sagten, wo ist mein Messi? Wer ist Messi? Also es war auf jeden Fall sehr, sehr viel Unruhe in der FIFA-Community. Die Folgen waren also keine Gleichberechtigung. Viele haben sich einfach benachteiligt gefühlt. Und irgendwie war das Spiel im Ungleichgewicht, weil gefühlt jeder Udo und Tarkan mit Lionel Messi in der Weekend League rumläuft. Also gab es jetzt eigentlich drei Optionen. Was passiert? EA hatte die Möglichkeit, es so zu machen wie eigentlich immer. Es passiert einfach gar nichts. Die Leute können ihren Messi behalten. Und die, die den Pick nicht geöffnet haben, beziehungsweise keinen bekommen haben, haben keinen Messi. Option zwei wäre gewesen, alles an den Anfang zurückzusetzen. Heißt, die Leute, die Messi bekommen haben, dürfen ihn nicht behalten. Kriegen aber die Spieler, die sie in diese SBC gepackt haben, wieder. Oder Option drei wäre gewesen, jeder hat die Chance einmal auf diesen falsch kodierten Player Pick. Am Ende würde ich sagen, egal wie du es machst, die Leute fühlen sich benachteiligt. Der eine hat dann Messi bekommen, der andere nicht. Das Spiel wäre im Ungleichgewicht gewesen. Deswegen muss man jetzt einfach mit der Entscheidung leben. So wie EA es gesagt hat, es passiert einfach gar nichts. Die Leute behalten Messi. Die Leute, die ihn nicht gezogen haben, haben keinen Messi. Punkt. Wisst ihr, was ich allerdings so ein bisschen schade finde an dieser Stellungnahme von EA? Und zwar, dass es mir irgendwie nicht so wirklich rüberkam wie eine Entschuldigung an die Community. Es war einfach wie eine Rechtfertigung. Ja, es gab hier einen Fehler und das ist jetzt so und so passiert. 0,7 Prozent der aktiven Spieler, beziehungsweise der Spieler, haben Messi. Wo man dann auch nochmal drüber diskutieren kann, 0,7 Prozent der Spieler, die jemals dieses Spiel angefasst haben, haben Messi. Aber wie viele von den Leuten, die wirklich aktiv dieses Spiel jetzt spielen, sei es in Rivals oder sei es vor allen Dingen in der Weekend League, haben diesen Messi. Ich würde mal sagen, dass da die Prozentzahl eher bei 20, 30, 40 vielleicht sogar liegt. Ich kann es nicht genau sagen, aber diese 0,7 Prozent sind dann wieder so eine Beschwichtigung der Community. Ey, es sind gar nicht so viele. Dabei sind es halt wirklich die Leute, die es auch extrem krass viel spielen. Weil ich habe so viele, ich kenne so viele Leute, die das Spiel mittlerweile gar nicht mehr spielen. Die sagen schon nach zwei Monaten, die haben die Schnauze voll. Und wisst ihr, was das Schlimmste an dieser Sache ist? Dass immer mehr Leute kommen und sagen, sie haben die Schnauze voll. Und das gilt es doch dann gerade eigentlich irgendwie zu vermeiden. Denn du willst ja, dass die Leute Spaß am Spiel haben. Du willst denen die Freude nicht nehmen. Im Gegenteil, du willst ihnen Freude schenken. Die Leute sollen Spaß am Spiel haben. Und mit so einer Stellungnahme, wo du dich nicht wirklich entschuldigst, wo du, wo man nicht, also ich persönlich hatte nicht das Gefühl, dass es denen leid tut. Das finde ich halt schade. Mit der Entscheidung muss man leben. Okay, egal wie du es machst, du kannst diesen Fehler nicht mehr wirklich beheben. Deswegen muss man damit jetzt leben. Aber ich hätte mir trotzdem irgendwie gewünscht, dass zumindest ein, wenigstens mal ein Sorry kommt. Und jetzt kommen wir dazu, warum haben die Leute langsam die Schnauze voll? Und ich kann es auch irgendwo verstehen, denn es ist ja nicht das erste Mal, dass so ein grober Schnitzer passiert. Es ist ja schon häufiger vorgekommen. Vor allen Dingen auch in diesem Jahr, sei es jetzt mit Cruyff die Geschichte. Da kam Cruyff, Cruyff Thunderstruck kam raus. Und dann gab es da irgendeinen Fehler mit dem Playstyle. Das heißt, die Leute haben irgendwann Cruyff bekommen, aber mit dem falschen, sogar mit einem besseren Playstyle. Dann hat EA getweetet, ey, passt mal auf Freunde, es gab da irgendeinen Mistake. Hier, nehmt den Spieler, ihr kriegt den jetzt mit dem richtigen Spielziel und als Kompensation bekommt ihr die Münzen nochmal oben drauf. Warum passiert sowas? Verstehe ich nicht. Das Ding war, dass es damals nicht ganz so publik wurde, weil es wirklich sehr, sehr, sehr wenige Spieler betroffen hat. Und deswegen war die FIFA-Community da auch gar nicht so krass in Aufruhr. Aber das ist ja auch nicht das einzige Mal. Es gibt das so oft mit den Packs, dass da was falsch angezeigt wird. Zum Beispiel, dann geht es darum, dass auf Portugiesisch das Pack so übersetzt wurde, dass dort steht, dass ein Mindestrating von der Ikone, also du kaufst das Pack mit Geld, und dann steht dort geschrieben, du erhältst eine Icon, die ein Mindestrating von 90 hat. Dabei ist es maximal gewesen. Heißt, die Leute stellen das Spiel auf Portugiesisch um, kaufen alle das Pack, weil sie wissen, sie kriegen da eine Kompensation. Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Ding. Ich will hier nichts sagen. Was ist passiert? Was passiert da? Also, es ist unerklärlich. Und jetzt nach drei Tagen mit dem Messi-Hammer kommt der nächste Skandal mit Teller. Also EA, ich frage mich ganz ehrlich, was passiert da gerade in Vancouver, Kanada? Heute geht es los mit dem Road to the Final Event. Das heißt, es ist noch nicht mal gestartet. Und ich checke heute Morgen schön x Twitter, wie auch immer, und sehe auf einmal, hm, da gibt es ganz viele Tellers. Ich schaue dann bei mir in den Account rein und sehe auch, ich habe irgendwie einen Road to the Final Teller bei mir mit 86 im Team. Und dann gibt es aber auch einige Leute, die haben schon einen 98er Teller im Team. Und das ist dann wieder so ein Ding, wo ich mir denke, Alter, wie krass wäre das? Du hast Messi bekommen und hast jetzt so einen Teller. Das ist ja kein Team of the Year mehr. Das ist auch kein Team of the Season mehr. Das ist ja schon footy. Das ist, wenn das Spiel ein Monat vor Ende ist. Und wie gehst du jetzt mit dieser Situation um? Sagst du jetzt genau wie bei Messi, hm, ja gut, du kannst den Spielern ja nicht die Karten wegnehmen. Die sind ja schon da. Aber, hm, ja, was machen wir? Jetzt sind ja wahrscheinlich wieder 0,1%. Aber was ist da jetzt passiert? Also irgendwie scheint es so zu sein, dass die Leute, die einen silbernen Teller hatten, Das hört sich immer so behindern, aber ich mir denke, wovon reden wir hier eigentlich? Also Nathan Teller, wer den im Verein hatte als Silberkarte, zumindest in der, ähm, afrikanischen Variante, Der wurde geupgradet zum Road to the Final, was ja auch einfach, also irgendein Kodierungsfehler wieder sein muss, Weil das Event ist noch nicht draußen, das kann EA nicht wollen, dass hier wieder Leute benachteiligt werden. Es sei denn, das sind jetzt alle die, die kein Messi bekommen haben, aber das würde auch keinen Sinn machen. Und Leute, die diesen Spieler wohl evolutioniert hatten, die haben einfach einen 98er Nathan Teller bekommen. Und das drei Tage nach dem Messi-Skandal. Und warum mache ich dieses Video? Ich möchte natürlich nicht gegen EA hetzen, ich möchte auch nicht sagen, ey, das, was ihr alles macht, ist alles Kacke, Ihr seid in einer schwierigen Lage und ich weiß, heutzutage ist sowieso alles so, du musst immer einen draufsetzen, Weil dann machst du es nicht gut genug und so weiter und so fort. Natürlich machen sie Fehler, aber sie machen auch vieles richtig, muss man an der Stelle auch sagen. Das einzige, warum ich dieses Video mache, ist, um EA zu sagen, Leute, es ist an der Zeit, eure Community besser zu behandeln, mehr auf sie einzugehen Und denen auch zu zeigen, dass sie euch am Herzen liegen, weil so wie ihr sie die ganze Zeit behandelt, Dann kann man ja auch nur eigentlich verstehen, dass die Leute keinen Bock mehr haben. Und das ist einfach schade, weil die Leute lieben dieses Spiel, ich liebe dieses Spiel, Ich spiele es jeden Tag, ich mache Videos, ich verdiene mein Geld damit, es ist einfach geil. Aber das Ausmaß, was es jetzt angenommen hat, mit der Häufigkeit von diesen Fehlern, die immer wieder passieren, Das Spiel einfach irgendwie kaputt zu machen, das habe ich so noch nicht erlebt. Und das finde ich einfach mega schade, weil ich auch das Gefühl habe, Dass in manchen Positionen bei EA jemand drin sitzt, der dieses Spiel irgendwie gar nicht spielt Oder sich damit wirklich auskennt. Und deswegen auch ein Vorschlag, Leute, bezieht die Community mehr ein, bezieht die Creator mehr ein, Nehmt doch Leute mit ins Boot, die dieses Spiel seit 10, 15, 20 Jahren spielen. Und beratet euch doch mal mit denen, weil ich habe EA gefragt mit dem Messi-Ding. Ja, wir sind in Talks, wir überlegen, was jetzt das Beste ist, aber man wird natürlich ausgeschlossen. Ich finde es halt auch wichtig, dass solche groben Schnitzer nicht unter den Teppich gekehrt werden. Dass die Leute merken, ey, hier läuft irgendwas verkehrt. Weil so kann es auf Dauer ja auch nicht weitergehen. Die Leute werden immer unzufriedener, man hat weniger Spaß, die Leute werden benachteiligt. Und das kann am Ende nicht der Sinn der Sache sein. EA muss da auf jeden Fall was tun, muss mehr auf die Community eingehen, sie auch mehr einbeziehen. Vielleicht sich den einen oder anderen wirklich mal mit ins Boot holen. Da, wo auch die Entscheidungen getroffen werden hinsichtlich solcher Entscheidungen, wie es mit diesen Skandalen jetzt passiert ist, mit SBCs, die auch wirklich Ahnung vom Spiel haben. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal dringend sagen, Freunde, es bringt jetzt nichts, hier irgendwie Hass gegenüber EA zu schüren. Es macht einfach nur Sinn, dass wir uns gemeinsam hinstellen und sagen, es muss hier was passieren. Mit diesen Fehlern kann es so nicht weitergehen und da muss was getan werden. Sonst verlieren die Leute leider den Spaß am Spiel. Und das ist das natürlich, was ich nicht hoffe, was ich nicht möchte. Weil mir macht dieses Spiel super viel Spaß, wenn denn alles läuft. Es ist eines der geilsten Spiele, keine Frage. Ich spiele dieses Spiel seit 13 Jahren, seit 15, 20 Jahren und bin seit 13 Jahren hier auf YouTube und will das natürlich auch weitermachen, weil es einfach eine Leidenschaft ist. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute nach solchen Aktionen immer mehr die Lust verlieren. Und das darf nicht passieren. Freunde, das war es jetzt soweit von diesem Video. Lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Würde mich sehr freuen, wir können uns da austauschen. Ich werde das Video natürlich auch an EA schicken, dass die sehen, wir stehen als Community da und wollen das Spiel nach vorne bringen. Es muss sich hier ein bisschen was tun. Die Fehler dürfen in dieser Häufigkeit nicht mehr auftreten. Und dann bin ich guter Dinge, dass das noch was wird und dass FIFA nicht das nächste Call of Duty wird. Freunde, das war es. Ich bin raus. Ciao.